Hier ist zum Beispiel ein echter Dinosaurier-Zahn. Ja, vielleicht schauen Sie sich das mal an. Fassen Sie sich das mal an. Also ist relativ schwer. Verdammt ein Schweine da! Ach! Ja, diese Indianer hier auch vorbeigekommen. Wo? Von halt Pronto? Pronto? Pronto-Sau? Vielen Dank! Möchtest du mich? Ja? Also damit kann ich Sie auch nicht? Ja, aber... Ich weiß nicht, also... Bisschen zu groß. Das habe ich nicht sollst...